Okay, die beiden Jungs haben den Schlüssel. Nur wie kommen wir hier durch? Wir können Kenny wählen. Oh yes, Kenny, geil. Zeig ihm deine Titten. Ja, Mann, mach's fürs Team. Okay, Kenny weiß, wie der Laden läuft, deswegen wollte er eine Frau spielen. Denn er weiß, die Macht der Brüste sind unbezwingbar. So, wo sind wir hier? Beim Hausmeister. Na, Kenny, die da drüben wäre doch was für dich. Miss Oktober. Heiler. Sehr cool. Okay, nehmen wir alles mit und sonst sind wir hier durch. Obwohl, hier drüben... Nee. Na, warte mal. Wir können hier noch looten. Okay, eine ganze Armee. Wir verseuchen sie. Okay, wir haben sie vergiftet. Und jetzt gehen wir drauf. Kein Problem, wir machen hier einmal den Atem, dann holen wir hier zwei weg. Na, wir gehen auf den hier mit der Rüstung. Yes, beide brennen. Und Kenny, wir haben keine andere Wahl. Ab und an im Leben muss man eben gewisse Dinge tun, wie Ratten beschwören. Los geht's. Komm, schau und überlebe. Okay, nur noch einer. Nein, ein neuer. Aber der da hinten ist am Ende. Ja, der hier sollte kein Problem sein. Hauen wir zu oder brennen wir ihn nieder? Ich würde sagen, wir hauen hier mal zu. Sehr guter Treffer. Er brennt. Aber wir bluten. Beide hier machen Heilung. Ich bin auf dem Feuer. Ich bin auf dem Feuer. Okay, wir haben Messing. Jetzt brauchen wir Silber, dann Gold und dann kommen wir zu Mackie hin. Kommen wir hier rein, Basement. Immer noch Basement verschlossen. Aber hier drüben können wir noch looten. Ah, warte mal. Ein bisschen näher ran. Okay, hat null gebracht. Gut, mit Messing kommen wir hier rein. Okay, die hauen wir weg. Okay, der ging nach hinten los. Genauso wie der hier. Ah. Epic Winning. Ja, und jetzt kommen wir hier durch. Es brennt. Damit hätten wir den. Aber wie holen wir die hier weg? Irgendwas können wir hier noch tun. Der da hinten ist am Ende. Ziemlich angeschlagen. Ah, Kenny. Meine Geheimwaffe. Na, Kenny? Kannst du dir einen von denen holen? Versteht jemand Kenny? Nein? Gut. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, jetzt hat es funktioniert. Wir brauchten die Flammen. Gut, merken wir uns. Glasscherbe bekommen. So, wo finden wir den silbernen Schlüssel? Der Hammer. Sehr cool. Na, noch looten gehen. Da war wohl Mrs. Cartman zu Besuch. Wir brauchen die Macht der Brüster. Kenny, knie nieder. Ein Gebet. Und jetzt heilen wir ihn. Nein, Kenny. Nein. Keine Heilung durch Brüster. Anfurzen. Der war noch am Leben. Okay, ich bin ein wenig verwirrt. Wir brauchen... Ah, ich weiß, wen wir brauchen. Bestimmt Butters. Bestimmt Butters. Und zwar... Moment, Gruppe. Bestimmt brauchen wir ihn. Denn der kann ja heilen. Dann heil ihn mal. Ja, sicher. Wir haben ihn. Alles klar, sauber. Rote Kinder sind mir im Weg. Aber jetzt kommen wir durch. Und wir müssen hier nach unten. Okay, wir haben Silber. Wir haben Butters. Na, Moment. Wir können hier dagegen feuern. Na toll. Hat ja extrem viel gebracht. Nochmal hierhin. Ein wenig umsehen. Sehr cool. Schön Pokémon. Aber hier kommen wir nicht ran. Aber hier kommen wir nicht ran. Aus irgendeinem Grund. Okay, hier drüben hin. Silber und rein. Die Höhle des Mackie. Okay. Anhänger. Cheerleader. Jede Runde. Okay, wir nehmen alles mit. Und was haben wir hier drüben? Jo, nehmen wir auch mit. So, wir schauen mal. Na, hier bleiben wir. Was haben wir hier Neues? Den Bart hier unten. Ich will mal was schauen. Können wir hier irgendwie modifizieren? Oder geht es nur bei den Waffen? Ändern. Ja, wir können nur einen mit reinnehmen. Na, ich würde sagen, hier bleiben wir bei Feuer. Denn ich finde, Feuer bringt bei uns am meisten, da wir ja diese ganzen Bonis haben, wenn jemand brennt. So, der Goldene. Oh, shit. Oh nein, die Gangaufsicht. Okay, Butters. Das müssen wir beide machen. Ich brauche deine Heilung. Gut, wie machen wir es? Den hier niederbrennen. Das könnte schwierig werden. Ja, wir holen den hier weg. Immer voll auf den. Er brennt. So, Butters. Heilende Berührung. Nein, wir brauchen die Stürme. Okay, die Lage sieht gut aus. Okay, Butters. Jetzt du hinterher. Wir haben ihn beinahe. Wir haben ihn beinahe. Hui. Er brennt, er brennt, er brennt. Keine Panik, keine Panik. Ich hau zu. Sehr cool. Den haben wir. Und jetzt kommen wir hier rein. Level 4. Wir haben Craig gerettet. Und, wir haben die Mission beendet. Kehre zurück zu Cartman. Aber erstmal gehen wir hier drüben hin. Die haben keine Chance gegen uns. Okay, die haben eine Chance. Blumen. Tödliche Blumen. So, hauen wir zu. Er macht eine Heilung. Und wir knüppeln ihn. Komm schon, brenn weg. Nehmen wir mit. Sind wir wieder voll. Und hier drüben. Nehmen wir mit. Gut, dann nehmen wir den Timmy Express und gehen rüber zu Cartman. Erstmal noch hier hin. Denn wir können schon wieder hier eine Fähigkeit aufwerten. Magie. Sollen wir hier mal weiter gehen? Oder hier? Ich finde die Fähigkeit eigentlich ziemlich gut. Ja, machen wir hier weiter. Na, Moment. Können wir mit dir reden? Ne. So, wir sind hier. Ich würde ja auch ganz gerne mal hier hin und hier hin gehen. Wir könnten ja auch mal direkt hier drüben zu der Kirche hin. Ich würde sagen, das machen wir. Machen wir die Nebenmission, bevor wir weitermachen mit der Story. Denn hier kommen wir durch. Da hinten sind wieder die Ratten. Was haben wir hier? Sonnenbrille. Okay, jede Menge Ratten. Da kommen wir nicht durch. Analsonden. Können wir die anschießen? Ne, zu weit weg. Gut, wie kommen wir jetzt zu der Kirche? Wahrscheinlich hier nach oben gehen. Hey, wir haben eines der Kinder gefunden. Tja, dann hättest du ein Problem. Eins von sechs. Okay. Ah, da wären wir. Die Kirche. Wo sind wir hier? Polizeistation. Okay, gehen wir rein. Nein, 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 nein. Jetzt nicht, jetzt nicht. Denn wir müssen ja irgendwo hier die eine Mission für Kevin machen. Wo könnten wir denn sein iPhone? War es ein iPhone? Ich muss mal schauen. Neuer Freund, Craig. Also hier. iPad. Ein iPad müssen wir finden. Und das soll ja irgendwo hier in der Nähe von der Kirche sein. Na, vielleicht da hinten. Yes, wir haben's. Sauber. Okay, hier können wir gar nichts. Ah, die Kirche ist leer. Neue Elfenkinder. Neue Elfenkinder. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there is only one thing you must do. Find Jesus. Find him. And when you do, return to me. Alles klar, wir müssen Jesus finden. Und wo kann man Jesus finden? Wahrscheinlich in der Kirche. Also wieder zurück. Finde Jesus. Renn, Butters, renn. Und hier drüben wieder rein. Jesus. Hey, Jesus. Ich hab ihn gehört. Okay, wir haben Jesus gefunden. Ich hätte gerne Jesus auf Facebook. Na gut. Jesus, wo bist du denn? Hey, Buddy. Na, ich wette, hier können wir irgendwas cooles looten. Ein Dildo. Ich hab Jesus gefunden. Nochmal hier hin. Geist. Boah, der ist ja cool. Hollywood Bart. Der Jesus Bart. Okay, Jesus. Wo finden wir dich? Irgendwo dahinter? Ah, ein Kreuz. Hm. Aber kein Jesus. Müssen wir ihn hier drin finden oder können wir ihn überall finden? Ist halt die große Frage. Wir rennen jetzt hier mal die ganzen Reihen durch. Jesus, 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 Jesus. Neue Nachricht von Craig. Aber wir haben keine Zeit, denn wir suchen den Erlöser. Jesus Christus. Der irgendwo hier sein muss. Ich hab's im Gefühl. Na gut, kein Jesus. Kein Jesus hier in der Nähe. Wir schauen mal in die Quest rein. Und zwar, Moment, zu den Waffen. Finde Jesus. Ach, wir haben ihn schon gefunden und jetzt wieder zurück. Okay, hab ich überlesen. Ich hab gedacht, wir müssen ihn jetzt irgendwie nochmal suchen. Na dann. Gehen wir wieder zurück. Klappe zu. Okay. Also müssen wir ihn doch nochmal suchen. Finde Jesus nochmal. Okay, wo könnten wir Jesus nochmal finden? Wir schauen mal rein. Jesus. Naja, der könnte jetzt überall sein. Oder eben doch in der Kirche. Wir schauen noch einmal. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir durch Jesus neue Kräfte bekommen. Die heilige Macht von Jesus. Ich hör ihn. Ich hab ihn gehört. Aha, ich wusste es. Ich wusste es. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this. But I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Yes! Wir haben Jesus. Als neue Spezialfähigkeit. Wir können ihn einmal rufen. Pro Tag. Und leider nicht gegen Bossgegner. Rosenkranz. 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 Rosenkranz.